Eigentlich wollte ich das nicht machen. Ich habe schon beim ersten Durchgang einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Backrooms Multiplayer ist seine ganze eigene Welt. So geschrien wie im ersten Video habe ich schon lang nicht mehr. Weil sich aber so viele von euch gewünscht haben, es ultra gut bei euch angekommen ist, sind wir jetzt nochmal ein zweites Mal reingegangen. Und was soll ich sagen? Es ist noch schlimmer geworden. Wir haben die tieferen Level in den Backrooms in diesem Part erreicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, was da unten wohnt, wollt ihr nicht unter eurem Bett finden. Eigentlich will man das nirgendwo finden. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Episode von Backrooms Multiplayer. Inside the Backrooms. Was wir heute alles ausgegraben haben. Wirklich ganz üble Nummer. Schaut auch gerne mal bei Schauerland und Detox rein, damit ihr auch noch alles aus denen ihrer Sicht erleben könnt. Bevor wir jetzt aber reingehen, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Denn wir haben wieder von Instant Gaming ein Gewinnspiel. Allerdings ist es diesmal ein besonderes Gewinnspiel. Besonders für die Xbox-Fans unter euch sehr interessant. Denn ihr könnt einen Xbox-Kühlschrank gewinnen. Und außerdem zehnmal einen Xbox Game Pass für drei Monate. Der Link zum Gewinnspiel ist wie immer der erste Link in der Beschreibung. Klickt einfach drauf, wenn ihr mitmachen wollt. Ist auf jeden Fall für jeden von euch interessant. Ich meine, wer will nicht gern einen Mini-Kühlschrank in seinem Zockerzimmer haben? Macht auf jeden Fall mit. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Und jetzt viel Spaß in den Backrooms. Klick. Schnellt euch an. Es wird wild. Detox ist die Oma im Regenmantel. Alter. Wie sieht die Logs denn aus? Ja, super. Ah ne, die will ich aber nicht. Oder ist die heiße Schülerin. Oder der strenge Kopf. Was haben wir noch? Der zu älter Junge. Meister Proper einfach. Ich nehm den. Da seh ich mich. Der Matrix-Dude. Da seh ich mich. Oh, neue Sequenz. Oh, ganz anderes Intro. Was war das denn? Was war das denn? Das war dieser Typ, dieser Man, der wo einen verfolgt. Kennt ihr den nicht? Nein, egal. Der vor deinem Fenster ist und dich verfolgt? Hab ich noch nie gehört. Was seid ihr denn für Horror-Let's-Players? Was ist los mit euch, Mann? Kenn ich nicht. Wir wegen uns einfach nicht in so Kreisen wie du. Hä, aber der Anfang ist ja ganz anders jetzt. Ja, ja. Wir sind ganz woanders. Ja, aber man hat keinen Autos mehr mehr. So, Jungs, wo seid ihr denn? Ich bin in irgendeinem Raum gestartet. Ja, da wo immer, ne? Nein, nein, ganz woanders. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Bleib stehen. Hä? Wen seh ich, du? Ich stehe. Schauer-Boy seh ich. Ich seh niemanden. Hä, ich bin in irgendeinem Raum gestartet, wo die ganzen Wände zugekritzelt sind und so. Du musst da raus aus dem Raum. Da bin ich auch schon mal gestartet. Bin ich, bin ich, bin ich. Bleib stehen, ich brauch das fürs Thump, ey. Komm einfach hoch. Was machst du denn? Brauchst du fürs Thump? Okay, ich würd sagen, wir folgen wieder den Pfeilen und treffen uns bei der Leiter wahrscheinlich wieder. Jawohl, alright. Ja, wo waren die Pfeile? An den Wänden. Hier. Die sind an den Wänden. Schauerland, wo läufst du schon wieder hin? Ich weiß nicht, wo du bist. Hinter dir, hinter dir. Ach da, alles da. Wartet, wartet bis ich da bin. Wartet. Ich hab Angst allein. Ah, alles da. Ah, gefunden. Ich bin, glaub ich, auch gleich da. So, vielleicht müssen wir den Zuschauern auch mal sagen, was wir vorhaben, denn wir haben das Spiel ja schon mal gespielt, ne? Ja, aber es gab ganz, ganz viele Updates. Ganz viele Updates. Alles neu. Alles ist anders. Frische Tapete überall. Das ist jetzt ein anderer Gelbton. Das seh ich sofort. Aber allein die Anfangssequenz ist ja schon ganz anders. Oh, entweder hab ich euch grad gesehen oder irgendwas anderes. Ne, du musst uns gesehen haben. Woher willst du es wissen? Es gab Update. Lüg mich doch nicht an. Rein da. Also, was wir vorhaben, ist jetzt das Ende zu erreichen. Und Tjul verstrengt sich diesmal ganz besonders an. Hä? Ich hab am längsten überlebt letztes Mal. Wir dürfen nicht sterben. Und wir wissen ja, was wir tun müssen, ne? Eigentlich. Ja, rein theoretisch. Also, irgendwas hat sich nicht verändert und wir finden alles. Als Safe hat sich irgendwas verändert. Wollen wir nicht so ein Radio oder sollen wir das da lassen? Ja, nimm's besser mit. Nimm's besser mit. Hast du jetzt den ganzen scheiß Mandelsaft mitgenommen? Ja, hab ich, weil ich ein Penner bin. Hey, lass doch mal stehen. Oh Mann. Von den Pillen hab ich aber nur eine mitgenommen. Ich hab gar nichts. Ich hab einen scheiß Walkie Talkie. Eins, drei, vier, null. Eins, drei, vier, null. Der ist jetzt random. Eins, drei, vier, null. Ja, rein da. Bin da. Eins, drei, vier. Alter, er hat überhaupt keine Haare. Ah, guck mal, ey. Wir sind Profi einfach. Ach, wir wissen jetzt genau, was wir machen müssen. Ja. Hab ich den Code auch mit meiner Nase? Uh. Habt ihr's gehört? Hat da gerade einer geschrien? Ja, safe. Okay, das sieht aber gleich aus. Wie letztes Mal auch. Warte, wir müssen hier, hier gab's irgendwo Taschenlampen. Hier hinten. Nee, wo gab's hier denn? Kann ich pfeifen? Wie pfeift man nochmal? G. Oh, C. Da unten waren die Taschenlampen. Oh, was war das gerade? Was hast du aufgehoben? Das war hier. Ich hab irgendwas, ich hab irgendwas komisch. Da sind noch Billen. Ein Ohr, ein Ohr. Hier ist ein Ohr. Du hast das Ohr gefunden. Ich hab's, ich hab das Ohr. Jetzt hör ich besser. Aber das war doch nicht letztens hier schon drin, oder? Nee. Okay, achte auf deine Ausdauer, steht hier auf dem Zettel. Wie war das nochmal? Flashlight war F, ne, bei euch? Ja, F. F, ja, du kannst es aber dann mit links an und aus machen, mit Linksklick auf der Maus. Ja, nee, es geht bei mir schon wieder nichts. Das ist so geil. Ich kann die einfach nicht. So schlecht einfach. Ja, Alter, ich hab doch nur ein F auf der Tastatur. Drück mal F. Ich glaub, das ist das Problem. Drück mal F. Gehst du so gewückt? Oder guckst du runter? Das sieht so scheiße aus. Ich hab keinen, ich kann mit F nichts machen. Das sah gerade aus, als ob du Breakdance gemacht hast. Ja, mach Breakdance. Das sieht cool aus. Ich kann nur mit T das hier machen. Mit R kann ich das Radio rausholen. Hol mal die Taschendampe raus. Geht nicht, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo die ist. Dann geh mal ins Inventar. Inventar und dann kann ich auf Use gehen. Und dann kannst du sagen Use. Und dann muss ich auch hochkaufen. Ja, aber auf, ja, ja, schon. Aber ich kann sie dann nicht runter tun. Also die ist dann auf F, warte mal. Mach mal Linksklick. Linksklick, dann geht die an und aus. Also die Models sehen schon echt richtig gut aus. Also das Spiel, das hat sich echt gemacht, ne? Für, was kostet das? 3,99 oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Kann man nicht sagen, ey. Hä, wo sind wir denn jetzt? Nee, doch, die Map ist anders, oder? Wir müssen jetzt, nee, wir sind hier noch in dem, wir müssen irgendwo. Ja, ja, hier, hier. Pass schön auf die Gesichter auf, Jungs. Ja. Nicht, dass die uns wieder berühren nachts. So, jetzt müssen wir hier links erstmal rein. Ja, ja, da hier sind. Ich hab das Fenster schon gefunden. Ja, hier war, wir müssen, dieses Pferdebild. Oh nein, nicht wieder der Gang, ich krieg schon wieder Flashbacks, Alter. Ja, das ist übel, ne? Ja, ganz wild. Ich hoffe, ich finde die Tür diesmal. Ich glaube, warte mal, Detox, ich glaube, da hinten ging es nur in den, in den verstrahlten Raum. Achso, gab es da nicht was? Sicher? Ja, okay. Ich vertraue euch blind. Ja, Jungs. Oh, oh. Oh, ich hab hier irgendwas gehört. Was war das? Da ist ne Lampe durchgebrannt. Oh, Smiler, Smiler, nicht angucken. Oh, oh, ja, ja, ja. Oh. Ich hab Angst, ich mach die Tür zu. Ich hab Angst schon, ich bleib hier jetzt stehen. Ich geh nirgendwo hin. Ich versteck mich im Locker. Wo seid ihr? Ich bin in nem Spind drin und schaukel meine Eier. Ich war gerade auch in nem Spind, aber es gibt da noch... Oh, Gesicht! Gesicht in der Tür. Hä? Welcher Tür? Oh Gott. I told you. Das war direkt in ner Scheiß-Tür. Ein Glückwürdig gejumpscared, ey. Ich bin hier bei dem Pferd. Musst du mal gucken. Du bist... Ja, zum Pferd will ich eigentlich auch. Oh, warte mal. Irgendwas ist hier bei mir. Aber das... Das Viech war direkt in der Tür. Ich dachte, das ist nur an der Wand. Ich hab den Fehler für meine Flashlight gefunden. Jetzt geht's mit F. Jetzt geht's mit F. Sitzt der vor Monitor, der Fehler? Ne, ne. In den Einstellungen war für Flashlight und für... Oh, ich hab das Pferd, okay. Für unequipped war F eingestellt. Und wenn ich natürlich was gleichzeitig weglege, wenn ich es benutzen will, das funktioniert nicht. Wo seid ihr denn jetzt, Mann? Ich hab das mit dem Schatten gemacht. Ich bin gerade bei der Schatten mit dem Zahlencode. Wisst ihr den Zahlencode zuhören? Ne, jeder kann mit dir schon wieder... Oh, oh. Wo bist du? Wo bist du? Brauchst du Hilfe? Hilfe, er hat mich, Mann. Wo bist du denn? Boah, ich... Oh, ne. Ich bin schon wieder am Arsch hier. Ich bin bei den Vasen. Der Hund! Der Hund! Oh, hier ist ein Smiler! Nein, ich bin tot. Alter, mich hat ein Smiler erwischt. Ich weiß nicht, Gott. Ah, hier ist die Tür. Okay, ich bin wieder da, Leute. Weißt du noch, wo die Kiste mit dem Zahlencode ist? Da bin ich. Aber ich komme nicht weg, weil der scheiß Hund hier die ganze Zeit rumlauert. Ich hab die Uhr gefunden. Ich bin beim... Ah, ich bin beim Pferd jetzt. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. Oh Gott, schuldigung! Dann findet ihr euch ja gleich. Ja, wir haben uns gefunden. Ist ja gut. Da kommt einfach so ein Glatzkopf raus. Ich glaub's nicht. Da drin ist nichts mehr. Versuchen auch mal, da hinzukommen. Da war ein Schraubenzieher in der... Oh nein, das Gesicht! Ja, weißt du, für was der Schraubenzieher ist? Das ist doch nicht wahr hier. Nee, keine Ahnung. Jungs, hört mir mal kurz zu. Ja. Der Schraubenzieher oben, oben sind doch diese Gitter hier in der Decke. Ja. Und wenn das Gitter runterfällt, dann kommt doch dieser Dampf runter. Ja. Und das ist auch irgendein Vieh. Ich weiß nicht welches, aber mit dem Schraubenzieher kannst du die Gitter wieder zumachen. Ach so, okay. Ja. Ja. Also das Gitter hier, das kannst du mit dem Schraubenzieher wieder festdrehen. Das ist eine kaputte Lampe, du Eierkopf. Nee, gar nicht. Das ist ein Gitter. Entschuldigung. Das ist ein Gitter. Entschuldigung. Ich bin kein Eierkopf. Du bist diejenige mit dem Schraubenzieher. Oh, da ist ein Smiler am Ende vom Gang. Ja, dann geh weg da. Warte. Nee, er ist weg. Er ist weg. Ja, dann lass ihn in die Richtung gehen. Da ist Schaui. Da ist Schaui. Okay. So, wo war der Hund Schauerland? Äh, wenn du jetzt den Gang weitergegangen wärst, da war der. Okay. Ja, da müssen wir auch hin. Da müssen wir hin. Ja, wollte ich gerade sagen. Da müssen wir doch lang. Mist. Habt ihr schon irgendein Bock? Oh, Smiler, Smiler, Smiler. Oh, ich dachte der Hund, Alter. Das ist aber echt übel, ne? Jo, er geht direkt in den einzigen Spind rein, der 31er. Das ist voll der soziale Mensch, ne? Als würde der Smiler hier reingelaufen kommen. Wir würden uns essen lassen. Oh. Irgendwas hat geklirrt oder so. Ja, das war nichts. Alles gut. Komm, wir müssen jetzt. Alter. Wie er einfach in den Spind direkt reinkriegt. Frauen zuerst hat er das gesagt. Was müssen wir denn jetzt nochmal zuerst? Oh, Smiler, Smiler. Smiler und das Kabelfieh. Das Kabelfieh auch. Ja, schön. Nice. Richtig gut. Also, ich bin weiter. Alter, ich steh jetzt hier in der Ecke. Ich hab nicht mal einen Spind, Mann. Ich kack mich ein. Ich scheiß mir in der Ecke in die Hose. Ich hab eine richtig gute Folge, du. Ich hol's mal scheiß in die Hose. Das ist der Content hier. Der Content, den die Leute sehen. Unfähige in den Backrooms schreibe ich in den Titel. Oh, oh. Was war das? Das war, glaube ich, das Hundefieh, oder? Ja, hat so geklungen. Jetzt kommt doch mal zu mir, Jungs. Das Spiel ist doch richtig... Hey, komm mal da raus jetzt. Richtig übler geworden, oder? Ich glaube schon. Ja, wie mehr Viecher, oder? Dabei war es vorher schon schwierig. Wo war der Hammer? Wo war der Hammer? Oh, oh. Was war das? Der Hammer war, glaube ich, in dem Kasten mit dem Zahlencode, oder? Lass hier lang gehen, lass hier lang gehen. Der Hammer war in dem Raum, wo die Leichen sind. Wo die Leichen zugedeckt liegen. Und denen müsstest du wissen, wo es hinging. Da hinten ist ein Smiler. Achtung. Da ist ein Smiler. Da ist ein Smiler. Komm back. Da ist ein Smiler. Ja, ich seh den Smiler. Aber das Video war doch eigentlich bei dem Pferd, oder? War das Video nicht eigentlich beim Pferd? Lass die Tür doch zu. Nee, nee, nee. Oh, da hinten ist der Hund. Der Hund, der Hund. Ah! Was ist denn bei euch los? Wo seid ihr? Was macht ihr? Er ist hinter mir! Nee! Wir versuchen einfach nur hier wegzukommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein! Oh Gott! Alter, was für ein ekelhaftes Scheißvieh. Oh, loll. Ey, wartet, wartet. Hört mir ganz kurz zu. Ultra wichtig. Ich bin gestorben. Fünf Meter weiter ist die Todestür. Gut. Vielleicht haben sie es verbessert. Die haben bestimmt unser Video gesehen und haben gesagt, guck mal, für die Idioten machen wir es einfacher. Warte, der Hund ist immer noch hier. Der Hund ist immer noch hier. Warte, 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 warte. Ja, ist ja auch rotes Licht. Okay, okay, okay. Vielleicht dürfen wir nicht rennen, oder so. Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt in so einen scheiß Spint rein. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Macht ihr euren Scheiß. Ich bleibe hier im Spint. Der Hund sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, Mann. Ja, wir müssen... Oh, shit, Smiler. Oh, Smiler. Wo ist der Leichtraum? Okay, lass uns mal hier rausgehen. Aber warte, langsam. Langsam hier lang. Hier ist der Hund irgendwo. Langsam. Oh, ich kann schon wieder nicht rennen. Oh Gott, ey. Mach mal das Taschenlampenlicht aus. Ich kollabiere hier gleich vor Erschöpfung. Ah, schau mich, schau mich. Hier ist Schau mich, hier ist Schau mich. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Ich lasse mir die scheiß Tür zu machen. Ne, da hinten geht es aber... Da geht es nur ausschließlich zum... zum verstrahlten Raum. Wir müssen wieder zurück in diesen einen Raum, wo so mehrere Gänge sind, wo auch das Glasfenster ist. Da kann man auch irgendwie in den Leichenraum. Oh, Smiler. Mach zu, mach zu, mach zu. Also hier hinten ist nichts mehr, oder was? Ne, da hinten am Ende des Ganges ist nur noch der verstrahlte Raum. Okay. Aber da brauchen wir jetzt die Schutzausrüstung. Dafür müssen wir durch das Fenster gehen. Stimmt, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie man das Fenster strenge... Oh Gott, mach zu, wenn du es gleich runterkommst. Warte, wie kann ich das zumachen? Ich bin immer so trinkt hier. Geh aus dem Dampf raus. Okay. Der Dampf tötet. Der furzt das Ganze. Hat aufgehört. Ja, okay. Manchmal klappt es runter, dann kannst du es zumachen. So, Jungs, jetzt lasst uns gehen. Ist der Smiler weg? Ja, er ist weg. Wo bist du jetzt hin? Da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. Ach, da, okay. Da ist der Hund, wo? Hier rennt der Hund rum. So, das muss irgendwo einer... Hier, ich glaube, den Ersten. Hier ist auf jeden Fall ein runtergekloppt. Ja, mach mal zu hier. Ja, hab's zugemacht, hab's zugemacht. Ah, super. Mit dem Schraubenzieher oder was? Ja, scheinbar, keine Ahnung. Ich hab den dabei, ja. Entweder rechts oder links. Hier, hier ist der Leichenraum. Oh, oh, hab ich das gehört? Ja. Was war das? Wir brauchen ja das Video für den Leichenraum. Ja, das ist egal. Wir können den Code trotzdem machen. Eins, zwei, vier, sechs. Das ist der Code. Hä? Eins, zwei, vier, sechs. So, da war der Hammer drin. Hä? Ist doch nicht richtig. Was machst du da? Das Blut der Leichen, ne? Hä, wieso das Blut der Leichen? Eins, zwei, vier, sechs. Ja, hier unten ist auch noch zweimal Blut, du Eierkopf. Ah, okay. Ja, dann sag mal eins, zwei, vier, sechs. Äh, sieben, acht. Ich verstehe das nicht. Aber so viel Zahlen hat der Code noch nicht. Ja, passt schon, passt schon. Ah, okay. So, ich hab den Hammer. Okay, ich hab den Hammer. Yeah. So, und jetzt müssen wir zu den Vasen. Ja, ja. Wir können alle den Hammer mitnehmen, ne? Ihr könnt den alle aufheben. Schau, du kannst den Hammer auch mitnehmen. Da ist noch was drin? Du kannst auch den Hammer mitnehmen. Ja, ja, ja. Ich nehm noch die Anxity Pits. Aber wo, wo war das Video? Wo war das Video? Keine Ahnung. Ah, er ist hier lang, er ist hier lang. Hier ist noch ne Tür. Was ist? Ah, warte mal. Da kommt irgendein... Hier, hier ist ne Handflugso. Ja, das ist das Vieh, das durch die Lüftungsschächte kriecht, Mann. Hast du das gehört? Scheiße. Ja, ja, ja. Drum sag ich ja. Alter, brutal. Ich hab mich fast eingeschissen. Du hast den Skewdriver. Du musst das... Ja, aber die sind ja alle zu hier. Ich hab die Hand. Ich hab die Finger, ich hab das Auge, ich hab den Fuß. Okay, strong. Ich hab das Ohr. Okay, aber... Ich hab gar nichts. Ist nicht schlimm. Ne, warte, ich glaube... Oh, oh. Hier ist jetzt das Video. Oh, es ist da, 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 das Vieh. Lauft weg. Oh, shit, weg. Schauerland, nimm das Video. Ja, ich hab das Video nicht. Wie, du hast das Video nicht? Oh, oh. Serious? Ich hab's nicht mitgenommen, weil ich geflüchtet bin. Irgendwas ist im Schacht. Oh, ich hab keine Stamina. Oh, Mann, ey. Es wird rot, es kommt gleich. Ich bin im Schacht. Ich mach... Ich wollt mich opfern. Hast du das Video? Warte, irgendwer ist hier bei mir? Moment, wer ist hier bei mir? Ich war grad bei dir. Ich hol jetzt das Video. Ja, warte, ich bin... Ich komm mit, ich komm mit. Detox ist tot? Ja, ich wollte das Video holen, aber... Ich hab das Video. Okay. Toll, ja. Mein Ablenkungsmanöver hat wohl funktioniert. Hast du gut gemacht. Ja, super. Schau, komm. Ja, ich musst du mir Pillen nehmen. Warte. So, auf zum Fernseher. Da war nicht weit. Hier links... Müssen wir nicht durch den mittleren Gang? Hier, hier ist er. Hier, ich hab ihn. Hä? Oh, du bist schon wieder da. Ja, ich bin der absolute King. Nein, ich mein Detox. Hä? Ach, Mist. Mein Inventory hab ich nicht eingesammelt. Oh, Mann. Das ist bad. Okay, Video ist drin. Schreib mit. Okay, ja, warte. Ich hab nichts zum Schreiben, Mann. Da, was hat er? Malcolm Fischer. Finger, Finger. Lena Reynolds. Was hat die? Hand. Rechte Hand. Schreib rechte Hand auf. Okay, Hands. Oh, oh. Oh, nice. Oh, hinter uns ist rot. Carmen. Ich lenke das Vier ab, okay? Mach dir... Stehen bleiben. Okay, okay. Wenn's kommt, lenke ich's ab. Ja, war der Dritte mit dem Fuß? Linker Fuß. Carmen. Silas oder sowas. So, jetzt müssen wir in den Leichen rauben. Weil lass mal hier warten, bis das Vier weg ist. Ja, ja. Ich brauche erstmal die Füße. Waren das aber nur drei Leute? Ich hab alles aufgeschrieben. Ja, ich hab einen Fuß. Hab alles. Ach, du hast das aufgeschrieben? Hand und Fuß. Ja, ja. Finger, Hand und Fuß. Hab ich, glaub ich, alles. Ich hab einen Finger, ich hab eine Hand und ich hab einen Fuß. Ja, nice. Let's go. Auch alles. So, okay. Such mal. Wir suchen Malcolm Fischer, Lena Reynolds und Carmen. Oh, nein. Oh, fuck. Geh in die Ecke. Der kommt hier nicht rein. Hab ein bisschen Vertrauen. Marlin will hier. Er war hier drin gerade. Nein, er ist bei mir. Er ist bei mir. Celine Delgado. Tulfer macht das schon. Ja, ich bin im Raum mit der Uhr und er kommt nicht durch die Wand. Er ist bei mir. Ja, wir müssen jetzt zum Pferd. Tulfer hat... Ich versuche jetzt, ich versuche rauszukommen. Hab's geschafft, hab's geschafft. Komme. Ich meine, hier wär's irgendwo... Ja, hier ist der Fernseher. Hier. Ja, ja, genau. Wartet, wartet. Wartet. Komm mal kurz. Ja, ich warte beim Fernseher. Das klingt nicht so gut. Der Hund. Der Hund. Ja, hier hinten. Da, da, da. Oh, der Hund ist hinter dir. Schau, schau, hinter dir. Hinter mir. Okay. Ach, du bist ja... Oh. Gesicht. Oh, sorry. Sorry. Alter. Ich brauche erst mal einen Mandeldrink. Was für ein Ekelvieh. Oh, ich muss auf mein Leben klarkommen mit dem... Schau, hast du's geschafft? Ja, ja. Ich bin nämlich hinter dem Spiegel. Okay, der hat ultra lang bei mir vor dem Spind gechillt, nämlich. Der ist gerade erst gegangen. Oh, da kommt er. Alter, so ein ekelhaftes Kackbiest. Ich komme jetzt zu euch. Ich brauche jetzt Spind, aber hier ist keiner. Sag mal, gibt's mehr als einen Hund? Weil der war auch gerade bei mir. Safe gibt's mehr als einen. Wieso ist hier kein Scheiß? Oh Gott, ich höre es immer um mich rum. Manche Schritte sind jetzt aber auch von mir. Detox, ich bin hinter dir. Nicht erschrecken. Hilfe, Hund! Oh, shit. Der rennt da die ganze Zeit rum. Der ist immer da, wo man als nächstes hin muss, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. Irgendwie wegbringen, den blöden Affen. Haben wir hier nichts. Achtung, da ist rot, da ist rot. Oh, Smiler. Hast du kein Leckerli dabei, Tjulfa? Nee, nee, nee. Ich habe nur, ich kann dann, ich habe ein Ohr, das kann ich werfen. Ich habe noch ein Auge, aber ich glaube, das hilft auch nichts. So, ich bin wieder im Raum. In welchem Raum? Der Hund ist im Raum, im Spiegelraum. Nein, halt's Maul. Der ist im Spiegelraum. Das gibt's doch gar nichts. Der muss da raus, der kommt. Dieser Siren Head für Arme kommt jetzt auch noch. Alter, sitzen wir jetzt alle hier drin? Man muss den doch irgendwie ablenken können, oder? Dieses Mistvieh. Juge, wieso Ottos verstecken wir uns alle hinterm Fernseher? Was ist das denn? Ja, er kommt halt hier irgendwie nicht rein. Mir reicht's jetzt, ich crouch jetzt davor. Okay, gehen wir bitte. Geh du vor, ich warte hier hinten. Aber einer muss doch gucken, ob die Lichter grün werden, sonst kommen wir da nicht weiter. Genau, da waren die Schutzanzüge drin, meine ich. Ja, ja, genau. Das heißt, wir brauchen den Hammer eigentlich gar nicht für die Vasen, oder? Ist der Hund hier drin? Ich weiß es nicht, Mann. Der Hund ist da drin, ja? Ja, 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 zurück, zurück. Zurück, okay. Ab in den Fernsehraum. So, ich drücke jetzt mal einen Schalter und du sagst, ob was grün wird, okay? Ja, grün, ist grün. Okay, okay. Warte, ich mach noch einen. Was passiert? Nein, nichts. Okay. Na, runter, okay. Nächster, warte. Ja, hier sind die scheiß Gitter auch. Oh, Smiler! Ja, ich sag dir, mach mal die... Scheiße, das war's. Entschuldigung, mach mal die Gitter zu. Auch wenn du sagst, es ist nicht... Nein, das Gitter, das Gitter liegt auf dem Boden. Das kann ich nicht zumachen. Ich muss die Tür finden. Das liegt auf dem Boden, da kann ich nichts machen. Okay. Okay, ist was passiert an der Tür? Nee. Oh, hier ist ein Smiler. Warte, warte, warte. Okay, sag mal, ob jetzt was ausgeht. Ja, ist ausgegangen. Okay. Okay, ich kann jetzt gerade nicht weitermachen, weil hier jetzt einen... Okay, der Smiler ist weg. Sag, ob was passiert. Nope. Okay. Warte, ich nicht. Alter. Ich bin die scheiß Tür wieder nicht, ey. Schau mir, hast du in deinem Inventar Sanity-Pilz? Oh, ich bin tot. Smiler, weiß ich nicht. So, okay. Ich bin wieder genau da. Okay, dann komm hier ans Ende. Wir sind schon bei den Anzügen. Bei den Anzügen. Wo war es denn nochmal? Warte, ich komme dir entgegen. Ach so, ans Ende. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, alles klar. Sehr gut, Leute. Jetzt können wir uns unsere Anzüge anziehen. Geigerzähler, Anzug. Müssen wir die ausrüsten? Ja, musst du auch Jus machen. Ah, alles klar. Hab ich ja letztes Mal nicht gemacht. Wollte grad sagen, du warst ja schon dead letztes Mal. Okay, aber warte mal. Und jetzt brauchen wir den Geigerzähler, ne? Ja, aber was war in den Vasen? Was war in den Vasen? War da nicht ein Schlüssel? Also wir brauchen ja irgendwie einen Beutzenschneider oder sowas, um zur Tür in dem Raum weiter. Aber wir können ja erstmal den Raum machen, ne? Ja, ja. Ja, wir können erstmal den, ja. Lass das erstmal machen. Okay, Schauerland. Dann, auf geht's. Wisst ihr noch, wo das war? Ja, da, wo die Verseuchung ist. Ja, wo die Verseuchung war, meine ich. Ja, keine Ahnung, Mann. Denkt dran, der Hund rennt hier noch rum. Ja. Die Verseuchung, ja, die war halt in diesem langen Gang hinten. Oh, hier ist rot. Wir müssen erstmal hier raus. Alles rot. Schnell, 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 schnell. Hier ist alles rot. Gitter, Gitter offen. Hier ist auch wieder rot. Ja, da wird's auch rot. Das ist ganz schlecht. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. Einmal ums Eck. Aber wir müssen da her. Detox ist einfach gerannt. Smiler, 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 Smiler. Ich hab's Gitter zugemacht. Da, geradeaus. Habt ihr das gehört? Ja, ja, ich guck nochmal. Ist weg, er ist weg. Einfach weg, weg sprühen. Dann los, dann los. Ich mach die Tür hinter uns zu. Hier sind wir richtig, hier sind wir richtig. Warum ist die Tür zugegangen? Keine Ahnung. Hier, hier, hier ist der Haus. Schau, schau, hier lang. Da lang? Ja, hier lang. Sicher? Nicht hier lang? Nein, hier lang. Alter, ich bin das wandelnde Navigationsgerät hier. Ich bin schon wieder erschöpft hier. Das Peck. Ah ja, jetzt erkenne ich's auch. Er hat es erkannt. Sind hier nicht auch die... Nee, hier sind keine Vase. Ah ja, okay. Hier hat es den armen Kerl voll zerfetzt. Let's go. Boah, dem geht's gar nicht gut. War hier letztes Mal auch schon Blut dran? Ja, ja. Nee, der ist auf jeden Fall etwas detaillierter hier. Okay, dann messen wir mal. Boah, die Versorgung. Entschuldigung. Okay, ich hab hier auch so ein Ding gefunden. Muss man da irgendwie was interagten oder so? Nein, einfach ansprühen. Messen und dann ansprühen. Ja, aber wie messen? Mit dem Geigerzähler. Muss man da links klicken oder so? Weil bei mir schlägt dann irgendwo aus. Ja, dann hast du nichts gefunden. Ja, alles klar. Letztendlich könnt ihr eigentlich alles ansprühen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ja, der Feuerlöscher, der ist ja unendlich. Sehr gut. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen. Letztes Mal hat mich hier volle Kanonen-Smiler erwischt, als ich hier am Machen war. Oh, was schreit denn hier? Ja, irgendwas brüllt hier rum. Okay. Okay, also sieht gut aus. Ja, ich glaub auch. Drei Punkte müssen noch. Drei Punkte. Dann haben wir es, glaub ich, geschafft. Oh. Irgendwas ist im Schacht. Ja, ja, irgendwas ist im Schacht. Oh, oh. Hier kommt's. Bei mir. Er ist rausgekommen. Ist das der Hund, oder? Es ist der Hund, ja. Halt, Mann. Ich hoffe, ich erwarte eine Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, jetzt hab ich Angst. Das Spiel verfolgt uns. Ist dieses Kacki jetzt hier drin? Ja, ja. Bleib bei der Seite. Oh. Bis die, du Mist, wie du dumm bist. Alter, aber bis die, lass mich in Ruhe, Mann. Okay, ich hab hier noch was. Ein Smiler ist auch noch hier. Ein Smiler ist auch noch hier. Auch noch? Aber wir müssen nur noch drei Sachen desinfizieren. Das kann ja nicht so schwer sein hier. Nein, nein, ich hab grad, ich hab grad eine Sache erwischt. Nur noch zwei. Ein Herz, Alter. Oh, der Hund. Oh, shit, ich hör ihn, Alter. Ich hab ihn zu mir gelockt. Sehr gut, mach weiter so. Ja, ich hab nur noch einen Mandelsaft, hab ich. Nur noch einen. Ich hab gar keinen mehr. Oh, der Hund. Detoxlauf. Nein, ich hab dir nur einer abgenommen. Der ist aber die ganze Zeit bei mir. Ihr könnt desinfizieren. Der ist erst bei mir. Der war sich hier vorm Spind. Ne, ja, der ist bei mir. Ist der jetzt bei dir? Ja, ich glaub, er ist zwei. Alter, bei mir kommt hier grad ganz viel, ganz viel Rauch aus dem Schacht. Der Kübra am Werk hier, hä? Ja, Alter, stell dir mal vor, hier kommt jetzt noch ein Hund raus, Alter. Ich kack mir hier voll auf und hab die Kamera voll in die Hose. Bin wieder da. Sehr gut. Oh, das hier, das hier. Sprü das an, sprü das an. Das war's. Ist offen. Ist offen. Okay, perfekt. Ist offen, ja, ist offen. Schau, ich muss nur durchlaufen. Äh, wo seid ihr denn? Ja, bei der Tür. Die Gabe-Tür ist offen. Ah, ja, aber das bringt uns nichts, Leute, weil... Weil? Ja, da ist die nächste Tür. Ja, da müssen wir jetzt den Bolzenschneider finden. Aber wir haben es schon mal offen. Ah, hier bin ich. Und guckt euch mal an. Der Hund ist mir auf dem Fernsehen. Was? Komm hier ums Eck, schnell. Ja, ich bin erschöpft schon wieder. Hör auf, erschöpft zu sein. Lauf ein bisschen schneller. Da gibt's aber ein neues Vieh hinter der Tür. Das ist euch bewusst, ja? Ja, ist doch voll geil. Darum geht's doch in dem Video, Detox. Äh, ich find das aber nicht so geil, weil ich Angst hab, Mann. Ist das so ein Blutvieh oder was? Also, wie kommen wir jetzt da durch? Okay, ich würd sagen, wir beenden jetzt hier die Aufnahme und machen in der nächsten Folge weiter. Ja, ja, ist rechts. Also, den Hammer können wir nicht benutzen. Tschüss!! Ok, wo waren die Wasen? Wo waren die Wasen? Keine Ahnung, die haben wir heute noch nicht gefunden?! Wir müssen hintersem Hauptraum zurück! Da ist derend Schacht! Hier ist der Hund! Hier ist der Hund! Mach den Schacht erstmal zu! Mach den Schacht zu! Danke! Oh, da ist roto!! szyiße!! Lauf, 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 lauf! Das ist das Kabelvieh!! Ja! Es ist weg, es ist weg! Alter!! Smiler, 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 Smiler Oh, scheiße, ey Ulfa, mach mal hier zu, Skewdrop Warte, ich hab mich grad versteckt, ich hab Angst vorm Smiler, Mann Schnell, bevor das Vieh kommt, hier ist alles offen Mann, ich kann, warte doch, ich bin im Spink gewesen Ich muss grad erst mal Pillen nehmen Hat jemand noch einen Mandeldrink für mich? Leider nicht Ich tausche gegen Pillen Und hier noch, hier noch Wir müssen wieder zurück, wir müssen schon hier hin Komm mal hier hin Sicher, dass es nicht hier hinten ist? Komm mal mit, komm mal mit Ja, hier sind sie Okay, jetzt hat der Passi alle Ich hoffe, nur dieses dumme Vieh kommt jetzt nicht schon wieder Hier ist auch noch offen Oh, scheiße Mach zu, mach zu, mach zu Er ist hier, er ist hier Er ist hier Er ist hier Er kommt, er kommt, er kommt Ich muss erst mal die Tabletten holen In aller Ruhe Okay Ich hab mich versteckt Ich bleib einfach in der Ecke sitzen und scheiß mich ein, okay? Alter, dieser Scheißhund, warum taucht er auf einmal überall auf? Ich komm jetzt auch wieder Schauerland liegt Hä? Hat er dich? Nee, ich bin im Spind Ich glaube, es ist nur noch eine oder zwei Vasen Hier ist doch der Schlüssel, ihr habt ihn doch schon längst gefunden Der rote Schlüssel, ich hab ihn Für die rote Tür Alter, kann mir irgendjemand von euch gleich mal Mantelmilch droppen Ich hab Ultralow Leben und hab keine Milch Ja, ich hab noch eine Ja, ich hab noch eine, die kannst du haben Habt ihr die schon bleiben? Ah, schon wieder der Hund, ey, ich kotze Er ist schon wieder hinter mir Okay Dann sind es Hä? Dann sind es drei Hunde, oder was? Mit jedem Secret wird es einer mehr Nein, ich glaube nicht, dass es mehrere Hunde sind Der ist einfach Das ist doch echt kacke, also hier hängt Der ist jetzt wieder bei mir Okay, da müssen es aber zwei sein, weil bei mir ist er auch gerade vor dem Spind Okay, also ich bin jetzt Ich bin jetzt komplett raus dahinten Okay Ich hab's raus geschafft Ich hab's raus geschafft Versuch mal rauszukommen Nein, der ist hier vor meinem Spind Wenn ich rausgehe, bin ich sofort tot Dann find ich die Tür wieder nicht Ich guck mal, ob ich jetzt irgendwo Mandelmilch finde Bei mir geht's gar nicht gut, man Beim nächsten Hit bin ich sofort tot Same Ah, Hund steht am Ausgang Herzlichen Glückwunsch So, vor dem du umkommst Spind, schnell, Spind Ich bin eh nicht mehr dein Oh, hier ist ein Smiler Ich weiß gar nicht, wo das Pferd ist Ah, hi Hey Hi Hi Weißt du noch, wo das Pferd war? Nee, keine Ahnung Wo ist Es ist rot, es ist rot Weg da, weg da, weg da Wo ist meine Tür? Oh, hi Hey Ich finde dieses vermaledeite Uhrending nicht Das war ziemlich nah am Eingang, wo wir im Aufzug raus sind Ich kann aber nicht genau sagen, wo Nein, das ist nicht am Eingang Ich hab's, ich hab's Ich hab's Ich war da ganz am Anfang Ich bin jetzt schon wieder im Schalterraum, ja Das kann doch nicht wahr sein Okay, es ist 10.30 Uhr Gut sich denn was? 10 ist das mit der 1 und der 0 Ich hab keine Lust mehr Was machst du da? Das ist der kleine Zeiger Achso, ja, keine Ahnung, ich seh das ja nicht Könnt ihr irgendwo beschreiben, wo ihr seid? Jetzt ist es Viertel nach 7 Warum ist das so, so komisch? Viertel vor 7 Warum ist das so komisch zu nehmen? Soll ich noch, ich will auch mal gucken Ja, dann mach mal Geh hinten dran Das ist wirklich komisch Ich sneak jetzt einfach Hä, wie hast du das? Hä, bei mir bewegt sich gar nichts Ja, warte, lass mich nochmal hin Auf 10, auf 10, auf 10, ja Ja Sag mir, wenn ich bei der 10 bin Noch Stopp So? Ja Sicher? Nicht noch ein Stück? Ja, nein, so Okay Und dann 30, ne? Ja, also auf die 6 1 zurück Ja, stopp Ja, stopp Ihr holt mich gleich einfach ab Oh Oh Ist ein Zettel So Hast du das Schlüsselpad gesehen? 2, 2, 3, 5 2, 2, 3, 5 2, 2, 3, 5 Das ist die Kiste Das ist die Kiste Ah, okay Warte, ich weiß, wie die ist Oh Gott, Alter, das Pferd, Mann Jo, Mann, ich hab mich auch erschreckt Detox, hast du Mandelmilch? Äh, ja, warte Drop mal eine, bitte Oh, Alter, Lebensretter Ja, warte, ich muss Trink es rein, den Shake der Backrooms Alter, bin ich dumm Nimm's Hey, Detox, Detox Detox, komm mal zurück, heb deine Milch wieder auf Ah Ich hatte, ich hatte 3 Mandelmilch im Inventar Ich hab vergessen, nach oben zu scrollen, Alter Alter Auch nicht schlecht Auch nicht schlecht So, komm mit Ich weiß, glaub ich, ungefähr, wo die Kiste war Richtig dumm Oder? War das da rein? Ah, ja, hab ich gefunden, ich hab Detox geronten War das da rein? Neee Der weiß nicht Neee Hier sieht alles gleich aus Alles ist rot Alles ist rot Wo ist das Vieh? Ah, ich kann nicht rennen Ich bin erschöpft Alter, die Mistdauer stand einfach ums Eck drum rum Warum ist man denn immer erschöpft, ey? Man ist immer nur erschöpft hier Oh, ich hab die rote Tür gefunden Fuck you Ich hab die rote Tür, Leute Erschöpft das Horror-Game, du Ja, aber wir brauchen auch noch dieses Ding Ich fahr wieder hoch Tschüss Komm, lass uns abhauen, ey Wir brauchen Wir brauchen trotzdem diese dumme, vermaledeite Kackkommode mit ihrem blöden Oh man, jetzt ist der Kabel-Otto hier bei mir, glaube ich Ja, der war grad bei uns Also ich bin jetzt in dem Gang, wo die rote Tür auch ist Bleib du mal bei der roten Tür Damit wir mal einen haben, der safe bei der roten Tür ist Okay Hier ist schon wieder rot Kurze Pause, Leute Bei der roten Tür müssen wir doch nur den Code von den Gemälden ablesen, oder? Dann mach ich das jetzt irgendwie schon mal Ja, 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 ja Smiler Ums Eck Und hinter dir Hinter dir, Hund Ja, danke Ist der Smiler weg? Ja, geh rückwärts Smiler Ich geh rückwärts Hier rein Ich bin jetzt wieder beim Pferd Hä? Die Kiste ist doch hier Das ist doch ein geschessernes Spiel, ey Hä? Von mir war gar keiner Ach nee, gar nicht Hier ist wieder der Hund Der verbisst sich gerade, der Hund Okay, ich muss Pillen fressen Doch nicht wahr, ey Es ist doch einfach nicht wahr Du hast hier nicht eine Se- M Schauerland am Ragen Hier ist die Kiste Schaui, Schaui, komm mal her Ja, ich bin tot M Ah, okay Gut, aber ich weiß zumindest Ich bin richtig gelaufen Jetzt brauche ich bloß noch die Den Hartfried M M O R A L Okay M Wie läuft's bei euch so? Ich hab jetzt hier die Kiste gleich geknackt Durch die Kiste Äh, ich such die Tür Ja, ich auch Ich glaub das wird mit jedem Mal schwieriger Ja Okay, Leute Ich habe jetzt diesen Moth Jelly Warte Und ich hab Sicherungen Ich hab vier Sicherungen Okay Also den ganzen Krempel hab ich jetzt Sicherung? Ja, haben wir ja letztes Mal auch geholt Die sind doch hier im Gemälderaum Du musst doch diesen Code ablesen Äh, keine Ahnung Ich will einfach nur meine Tür finden Okay, stimmt Ja, such dir erstmal Türen Zwei Zwei Zwei, drei, fünf Müsste es gewesen sein Drei Ja, ich hab vergessen auf den Knopf zu drücken Drei Ah, smart War's drin? Sag bitte einen Bolzenschneider Kannst du nicht öffnen? Wie? Ah, jetzt ging's Bolzenschneider, ja Yes Strong Wir treffen uns im Raum Ja, wir treffen uns im verseuchten Raum So, jetzt aber, jetzt aber los Jetzt aber los, ja Nicht rennen, sonst seid ihr gleich wieder hoch Smiler, Smiler Tür zu Deswegen renne ich, liebe Freunde, der Sonne Okay Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was jetzt an der Tür ist Ja, ich bin halt auch richtig gespannt Jetzt haben wir wieder eine Stunde gebraucht, ey Alter, safe geht's einfach genauso beschissen weiter Natürlich Es endet dieses Spiel überhaupt jemals Ich denk schon So, hier ist der Hund drin, ne? Denk dran Echt, der ist hier drin? Ja, der ist hier drin Fuck, Alter Wartet, lauft nicht so schnell vor, bitte Ich hab keine Auslauer Ich leuchte euch Ich bin hinter dir, Xiaomi War ja nicht hier irgendwo Ich mach Leuchtzeichen Bist du schon da, oder was? Ja, ja Achso, dann sind wir falsch, warte Da, da leuchtet's Was war das denn nochmal? Ach, man kann ja pfeifen, Jungs Alles klar, okay, okay Ja, sehr gut Let's go, Alter Oh mein Gott Okay, warte, warte noch Warte noch Durch die magische Tür, du Oh, jetzt bin ich echt gespannt, Alter Eine Stunde, fünf Für den Scheiß hier Mach auf Okay Leute, also soll ich öffnen? Mach auf die Bude, let's go Yeah, öffne die magische Tür Wow Wow Einen Treppenhaus Einen Treppenhaus Okay Okay Denk dran, hier ist wieder ein neues Viech Boah Boah, das ist voll Geräuschkommis, was hat sich geändert Was war das? Ja Och, nee Digga Es geht genauso beschissen weiter Leise, leise Oh Oh Shit Was denn? Oh Busch steht da Oh Warum nicht drauf? Warum geht der runter? Oh Gott Kann man da in die Tür rein? Oh, was ist das? Es blockiert steht hier Geh mal runter Oh scheiße Ah, okay, okay, okay Oh, wie soll ich denn da durchkommen? Ja, du musst schnell genug laufen Geh schon mal Warte, warte Oh, hier ist einfach nur ein Loch, ey Da können wir doch nicht runter Jo, wenn es jetzt runter geht, sind wir gefangen, ne? Wir kommen nicht mehr zurück Er ist reingesprungen Ähm, Leute Lebst du noch? Ja, aber hüpfst hier nicht rein Wir kommen Warum? Schaui, Schaui, wir springen Come on Okay Oh Hinter uns Leise, leise Oh, 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 da ist es Leise Bewegt euch langsam Alter Wer ist er denn? Scheiße Das ist Entendity Entendity Oder wie sagt man das? Vollidiot Nummer 10 Entity Entity Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten ist aber was Da hinten leuchtet was Seht ihr das? Ey, ich kack mir in den Frack Was ist das für ein Spiel? Ich dachte wir finden jetzt Ich glaub wir müssen einfach nur in die Richtung Kann das sein? Ey, die können doch nicht so ein großes Spiel bauen Ohne, ohne Speicherstände Was ist das? Ähm Okay Wir haben hier ein Problem an der Männertoilette Leute Da hinten ist ne Tür Da hinten ist ne Tür Wir haben ein Problem an der Männertoilette Meint ihr es gibt mehr wie eine Entity 10? Oh, ich weiß es nicht Ich hoffs nicht ehrlich gesagt Oh, hier Hier, äh, äh, äh Anxiety Pils Oh, strong, strong, strong Okay, oh, oh Ist er aufgestanden? Licht aus Licht aus Licht aus Licht aus Was machst du da? Er ist besessen, das war's Er hat zu viel von dem Pups geschnüffelt Werft ihr mich wieder? Ja Profi Let's Player, ey Also ich schätze mal Ah, hier 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 Was ist denn? Oh, ja, ja, ja Ein Ventil Alles klar Damit müssen wir bestimmt da hinten Ja Damit müssen wir bestimmt Scheiß Ventile finden Um hier den Pups abzudrehen Ja Ich guck mal eben Ja, warte, hier ist doch Hier wo Detox steht Kannst du doch schon machen Okay, dann guck mal hier Ob du was an deinem Dingschen machen kannst Ja Ich, ich, äh, schmeiß da Ja, ich kann Hier Ich hab einen Oh, du hast schon einen Du bist schon dran Dreh mal dran Aber ich hab doch auch so'n Ding Ja, es gibt doch garantiert Es sind hier zwei Gasströme Ja Es sind beide noch an Aber wo ist der andere? Ja, wahrscheinlich Der ist nicht von dem Viech hinten Doch, ich seh wo er ist Ganz unten links Okay Also bei dem Viech In der Nähe von dem Viech Wieso siehst du den? Ist doch da hinten am Ende vom Gang Langsam, langsam Das ist aber das Viech Warte, ja, hier ist auch einer Ah, okay Oh Gott, hier schreit's Hier schreit's Ähm Oh, das Vieh ist aufgestanden Ja, safe ist das, ähm, Ding Der läuft jetzt hier rum Der läuft jetzt hier rum Ich bin mal ganz mutig Ich bin mal mutig Ich muss noch drehen hier Alter Okay, alles da Leute, er läuft da drüben rum Er läuft da drüben rum Okay, okay Ich hab ne, ich hab ne Ich hab ne Garage Einen Keycard eingesammelt Strong Ich glaube, der Dampf ist aber immer noch da Wir müssen bestimmt noch mehr Ventile finden Hier, 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 hier Ja, garantiert Was hier, hier, hier Hier, hier bei mir Hast du auch ein, hast du auch ein Ventilrad? Ja, okay Ja, ich seh nicht Aber da rennt das Viech rum Warst du grad bei der Leiche, oder was? Wo rennt das Viech rum? Nein, das ist da Gar nicht Gar nicht Nein, das rennt da oben rum, wo wir eben waren Okay Das ist nicht mehr hier unten Hast du denn noch ein Rad? Wir brauchen noch ein Rad Hier ist auch noch ein Ventil Hier ist auch noch eins Warte, ich muss mal kurz mir Pillen reinfahren Okay, strong Hast du die Typ hier gelootet? Aber wir brauchen noch die Räder Detox, mach vorsichtig Ja, ja, ich bin ganz vorsichtig Du lügst doch Die Räder müssen noch hier irgendwo rumliegen Kann sein, dass wir die Ventile wieder abschrauben müssen Nein, glaub ich nicht Nein, glaub ich nicht Nee, die kann man nicht wieder abschrauben Hier ist noch eins, ich hab eins gefunden Ja, hier ist aber noch ein Ventil Also entweder haben wir die falschen Ventile abgedreht Ey, wie viele sind denn hier? Nein, ich hab doch grad noch eins gefunden Ja, aber hier sind viel zu viele Hier ist auch noch ein Ventil Ich hab auch noch eins Ich dreh das da hinten zu Habt ihr die auch weit genug gedreht? Ja, ja, aber ich glaube Ja, bis der Dampf weg ist Wo war der andere? Dahinten, dahinten, dahinten Wo ist das Vieh? Ich weiß es nicht, ich seh es nicht Ich seh es auch nicht Ich seh es auch nicht Ich drehe jetzt hier erstmal am Rad durch Nee, ich seh es auch nicht Es kommt Ich seh es, ich seh es Was? Echt? Ja, ich häng dummerweise am Oh shit, ich seh es Jo, renn mal weg, ne? Ich renn weg Ich bin im Ey, ich war gerade dabei Dieses scheiß Rad einzusetzen Da kommt das Schiech, ey Ich konnte mich so gerade eben noch in den Spinn tragen Ach du Scheiße, wie sieht das aus, Alter? Ich weiß es nicht Ich will es nicht wissen Ist es weg? Oh, ist das... Nein, nein, es tötet mich Alter Wer ist er denn? Oh ne, die Hülfer nicht sterben Heinz Harald, Junge Der isst dich auf Alter, hat mich halt Vollgas getötet, ne? Habt ihr jetzt trotzdem ne Tür? Äh, ja, hier steht auf jeden... Ja, ich hab sie schon Oh Aber warte, ich muss mein... Ich muss mein Inventar lupen Aber du... Hier gibt es auch ne Tür, oder? Wenn man stirbt Ja, ja Sind alle Ventile zu? Sind noch Ventile über? Oder ist jetzt das scheiß Gas weg? Oh oh Nein, das Gas ist weg Das Gas ist weg, die Tür ist offen Oh Scheiße, dann lass mich da rein Komm hier mit der Dings Ich hab ihn, ich hab ihn abgelenkt Mach die Tür auf, du hast die Viechhahn Ich hab ich, hab ich, hab ich Ich komme Ich schaff's nicht Ich sterbe, Leute, ich sterbe Oh, ich... Scheiße Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht Ich bin tot Shit Er sneckt dich, jetzt kommt er zu mir Ah, kommt zu dir Detox Ah Komm zu dir Wie siehst du denn aus? Warum kommst du hier rein? So ein ekliger, oder? Was bist du denn für eine eklihafte Missgeburt? Okay, ich lebe wieder Okay Ich bin bei dir, warte, warte, warte Hast du dein Zeug? Jajajaja Ähm, Leute, ich hab dir ein Gitter zugemacht Das war jetzt glaube ich nicht gut Bist du da drin, oder was? Ja, geht nicht rein Der Tür ist drin Ist der auch da? Ja Oh, ich höre ihn Nein Du hast die Tür zugemacht? Ja Ich hab das Gitter zugemacht Nee, das Gitter hier Nein, das ist ja hier drin Nein, Tjufa hat die Tür zugemacht Der kommt jetzt gleich AHHHHH Komm schnell Tür zu Der kann Türen aufmachen Ja, ja, ja Nein, nein, nein Scheiße, kacke, verdammt Oh Mist Du musst in die Danke für die Ablenkung Ist er bei dir? Jaja, ich bin tot gleich Jop Bin dead Alter Alles klar Ich geh jetzt in die Tür rein Ja, okay Komm gleich nach, wo? Ich mach die Tür zu Dass er hier gar nicht erst Verdacht schöpft Dass ich hier bin Boah, Alter, ey Er kommt Scheiße Ist er bei dir drin? Ja Oh, das gibt's doch noch Mach das Gitter auf Ja, ja, ja Komm, komm, komm Mach das Gitter zu Oh Mann, nein Mach es doch zu Mach es doch zu Ja, nicht wenn ihr drin sind Ach du Scheiße, ey Ey, du bist ein Überlebensexperte Alter, hat er euch getötet, oder was? Ja, aber der zu doof ist, das Gitter zuzumachen Ich glaub's ja nicht, ey Wo ist denn meine Tür? Boah Ich muss meine scheiß Tür finden Meint ihr, der kommt wieder nach hier vorne? Ich warte jetzt hier Ich geh da jetzt nicht in den Gang rein, Alter Er ist weg Ich hab meine Tür gefunden Wenigstens muss man ihn hier nicht suchen, ey Er ist auf einmal weg Ja, aber das heißt, er kommt in meine Richtung Ich bin ja noch hier vorne in der Parkgarage Oh ne, er ist nicht weg Oh oh Wahrscheinlich kommt er jetzt da, wo wir Ich lock ihn weg Ich lock ihn weg So, er kommt hier rein Ich bin am Knopf, kommt rein Ich mach dann zu, wenn er kommt Ja, ich lock ihn weg gerade Er ist bei mir Kann ich jetzt, kann ich da reinkommen jetzt gefahrlos? Nein, Tulfer, geh weg, geh weg, geh weg Okay, ich bin in der Parkgarage jetzt Ich mach hier, er ist aber draußen, oder? Ist er in der Garage oder ist er hier drin? Nein, nein, ich bin in der Garage Ja, er ist jetzt hier Ja, dann komm schnell rein Nein, 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 er chargt mich Ich hab mich schnell im Spinn versteckt Also, ich bin jetzt im Safe Room Ich kann hier Knopf runter machen Ich warte auf euch Ja, ich muss kurz warten, bis er ein bisschen bei mir weg ist Und dann sprint ich schnell rein Ich muss kurz hier ein bisschen, äh, ich muss warten, bis der Bisschen Ruhe gibt Alter, ey, was für ein Spiel Endet das eigentlich nie? Leute, er rennt in eure Richtung Detox kommt, komm Detox Er rennt, er rennt in Ich beeil dich doch mal Ich hab keine Energie Dein Leben hängt davon ab Er ist bei euch in den Gang gerannt, ne? Ja, ja, mach zu Ich dachte, der kommt jetzt hier durch, Alter, bist du hässlich Oh, Mann, ey Guck dir das Vieh an Das ist ne Todesmöse, hast du das gesehen? So, er kommt zurück Du musst jetzt warten, bis er aus dem Gang rauskommt Der ist lang Ja, 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 ich weiß Ich stehe hier, ich beobachte den Gang Ach du Scheiße Ja, das dauert, bis der kommt Du könntest ja schon mal hier umgucken, was hier so ist Jungs, ich komme Wo willst du denn hin, der Torf? Ich komme Ich wollte zu Zülfa Er kommt, komm jetzt her Komm jetzt, er kommt Er kommt Leuchte mal, wenn du kommst, damit wir sehen, dass du kommst Ich leuchte die ganze Zeit Ja, ja, komm hier hin Beeilung Ah, beeil dich, es ist hinter dir Ausdauer ist zu Ende Beeil dich Oh, Junge Alter, weil ich nicht Angst bekommen hab Da kommt's, da kommt's jetzt, Alter Hoch hier, hoch hier Alles klar, so, komm So ein ekeliger Oh, shit Guck mal hier das an Moment, Moment, ich muss kurz, ich muss Sanity Pils nehmen Woah Das sind die Büros Ich komme Ah Sick Nice Das sind nicht die Büros, das ist das Hotel heißt das Das Hotel? Das Hotel heißt der Abschnitt, ja Okay Wie lang geht das denn noch, ey? Keine Ahnung Ganz wenig Das ist ja echt der Hammer Aufzug, Aufzug Ist das vielleicht das Ende? Vielleicht Oh mein Gott, haben wir's wirklich geschafft? Da hängt ein Zettel Oh je Try this 4721 Okay, alle rein Oh, das war falsch 4721 Let's go Oh mein Gott Wo kommen wir hin? Nein, noch ne Ebene Halt's Maul Ich kotze, Alter Das gibt's doch gar nicht Oh, Stromausfall Was ist jetzt passiert? Oh ne Oh Gott Ja, wenn wir jetzt aufhören Er 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 legt Leute gerne mit Partyobjekten rein Ah, guck mal Aber am Ende wird er sich dann töten Und seine Körner sammeln Hier ist ein Computer, hier ist ein Computer Guck mal, jetzt hier geht's wieder zurück Guck mal, wir sind am Anfang Wir sind hier am Anfang Warte Wie, wo bist du denn? Ich hab hier aufgemacht, guck mal Wo bist du denn? Hier sind wir hergekommen Ach ja Wo? Nein Wo bist du denn? Stimmt Wo seid ihr denn? Hier geht's durch Hier geht's durch Da geht's zur Garage Ja, da sind wir quasi im Umweg gelaufen Ey, wir mussten durch die Garage, um hier hinzukommen, ne? Ja Oh, das Spiel lädt immer nach und dann ruckelt es sowas Hier ist eine rote Tür Hier ist ein Computer Da hinten ist ein Sicherungskasten Sicherungskasten Insel Passwort Okay, ja ich komme, ich komme, ich komme Wolfgang, du hast die Sicherung Wir brauchen ein Passwort für's Computer Wo ist er? Hier, hier, hier Ich hab vier Sicherungen Ich hab was gehört Ich höre ein Monster Ja, ich höre auch irgendwas Ich höre eins Ich glaub das kommt Du musst die Sicherung erstmal reinschieben hier Ja, ja, ja Schieb die Sicherung rein Vielleicht magst du kein Licht Ich hoffe, dass es kein Licht mag Dieses Mistvieh Alter Strom wieder an, let's go Herzlichen Glückwunsch Jetzt stell dir mal vor Du hättest diese scheiß Sicherung nicht gefunden Ja, ne? Ohne Scheiß, stell dir mal vor Du nimmst die nicht durch Leise, leise Sag mal leise Da drin ist irgendwas Wo drin? Hier Deswegen kannst du auch wieder durch die rote Tür Und kommst dann wieder da vor der Garage raus wahrscheinlich Ja Ich glaub wir müssen ein Passwort finden Für den Computer Ja, das glaub ich nämlich auch Und vielleicht können wir uns dann wieder Guck mal hier Hier sind so Buchstaben drauf Ein C Okay Ist sonst noch irgendwo was drauf? Ich sehe nichts, ne? Aber hier geht's noch weiter Warum ist nur da ein C drauf? Ja, vielleicht finden wir noch mehr so Büroräume Hier ist der nächste Raum Hier ist noch ein Raum C Dreieck Dreieck H, hier ist ein Kreuz Hier ist ein Kreuz drauf Ah Oh, das ist bestimmt irgendwie C Dreieck Kreuz, ne? Ja, keine Ahnung Kreuz Okay Lass mal gucken gehen Ob wir irgendwas machen können am PC An dem anderen Wo wir Passwort eingeben müssen Hier musst du noch mehr geben Oh, hier Hier ist eine blaue Tür Kann man die aufmachen? Mit dem Passwort fällt Was kann man da eingeben? Zahlencode oder was? Da kann man gar nichts machen Die ist einfach blau Vielleicht geht hier aber auf Wenn man den Computer eingegeben hat Wahrscheinlich Ich geh mal von aus Irgendwas kreucht hier schon wieder durch Oh, oh Ja, hier kreucht wieder was Lass mal zum Computer zurück Ja, wir gehen zum Computer zurück Da hinten, das Vieh ist hier Entity 10 Welches? Entity 10 Aus dem Parkhaus Warum ist denn der jetzt hier? Aus dem Parkhaus Weil wir die Tür aufgelassen haben Ne, oder? No way Nein, der muss ja durch den Fahrstuhl hochgefahren sein Das kann er doch nicht Wer kann Fahrstuhl fahren? Da muss er ja den Code eintippen Das ist doch unmöglich Alter, so ein Kackvieh Ich bin jetzt Ich bin im Spind Wir müssen zurück zum Computer Wir müssen gucken was wir da eingeben müssen Ja, der ist genau da gewesen Wo der Computer ist Ich hör ihn Ich hör ihn hier rum Wahrstellen, Alter Sind irgendwelche Zahlen an dem Computer Wo diese Zeichen sind? Er kommt, er kommt, er kommt Er ist da Ist er hinter euch her? Ja, ich dachte hinter mir Warum ist das Licht aus? Wer lebt jetzt noch? Wo seid ihr? Oh Gott Also es war C Was hatte ich Was ist ein Dreieck? Kann ein A sein, oder? H Und was ist ein Kreuz? Ist ein T Könnte sein Oh Mann Warte mal, der Code ist viel länger Guck mal, hier sind doch Hier sind doch so Post-its dran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mit unterschiedlichen Farben Mit unterschiedlichen Farben C war die Nummer 6 Okay, pass auf Das Kreuz ist die 4 Kreuz ist die 4 Ich guck nochmal, ich geh nachgucken Ich geh nachgucken Ich geh nachgucken Woher wisst ihr jetzt, welches Zeichen Da sind Post-its am Bildschirm Ja, aber da sind Post-its Das Dreieck Das Dreieck ist grün Ja, aber die Post-its haben doch auch Farben Das C war Das C war weiß Wer ist denn da jetzt grad am Rechner? Ich Achso, okay, du Also nein, ich sag die Farben an Ich bin hier hinten Achso, ich bin hier hinten Nee Hä? Doch So, jetzt pass auf Wir haben 7 Zahlen insgesamt Also die 6 war Ich glaub das Viech kommt wieder Die 6 ist C Das Viech kommt wieder Ja Sucht jetzt Spend Das Kreuz ist dieses Lila Müsste 4 sein Ja Das Dreieck ist grün Die Tocs ist rot Das Dreieck ist grün, ja Ich mach das jetzt immer in Ruhe Und dieses H ist gelb Okay, und der H ist gelb Ja Dann ist das die 5 Okay Dann fehlen jetzt noch die 2, 3 und die Nummer 7 Ja, das heißt wir müssen noch so Das sind noch einige Räume Ja, wir müssen noch so einen Raum finden Ich laufe hier Wir machen das falsch Wenn einer stirbt, hat er 5 Minuten Und die nutze ich jetzt dafür Um diesen Code rauszukriegen Okay Aber die Frage ist, wo sind die anderen Räume? Wo habt ihr die gesehen? Noch nirgendwo Keine Ahnung Das ist eine weiße 8, die auf der Seite liegt Wo? Wo? Bei einem Computer Hä? Ja, ist auch weiß Okay, sie ist eigentlich schwarz Schwarz auf weiß Hier hinten Komm mal her Hier Hier Ah, ja, okay Das ist eine 8, oder wie? Ja, das ist so ein... Aber das sieht ja so sehr grau aus, ne? Nicht wirklich weiß Ach, du heilige Mutter Ach, scheiße, er ist schon wieder hier Oh, scheiße Oh, oh Ja, er steht vor meinem Spind Alles gut Alter, was ist das denn hier? Was zur Hölle ist das denn? Ja, macht doch Spaß Das ist die Entität Alter Aber warum rennt der denn jetzt hier rum? Schau hier, hast du das hier gesehen? Nein Mit den Luftballons? Nee Ja, dann schau's dir mal an gleich hier Press this, ich drück jetzt so einen Knopf, okay? Nein, drück nichts Hab's gemacht Nix passiert Schau, Alan, guck mal hier WTF Ey, das kriegen wir doch heute nicht mehr geschissen hier Wieso kann man denn hier nicht speichern? Junge, ich weiß nicht mehr, wie man Backrooms schreibt Ich bin komplett raus Ja, hier ist er safe, okay Und 7 Was war 7? Ich hab's vergessen Rot ist B Was für eine Farbe ist denn 7? Irgendwas ist hinter mir schon wieder Ah, hier ist, äh Was ist das denn für eine Farbe? Sieht so ein bisschen beige aus, das ist ein I Oh, hier, finde den Ausgang, eine rote Tür ist der Ausgang Ich hab ein Bild gefunden mit einer roten Tür drauf Da ist so ein komisches Symbol Ja, ich hab eine roten Tür haben wir gefunden Ja, aber da ist so ein Symbol drauf Oh Ist das Fila? Ich hab die Luftballons gefunden Ah, ja, sehr gut, Schaui Schön, ne? Soll ich da mal drauf drücken? Nein, das sind drei Knöpfe, ich glaub wir müssen die alle drei zusammen gleichzeitig drücken Oh, warte mal, wir können die Partyhütchen aufheben Oh nein Können wir die aufsetzen? Safe können wir die aufsetzen Wir müssen die bestimmt aufsetzen Jus, wie seh ich aus? Ja, du hast die auf! Du auch Ich glaub wir müssen die Partyhütchen aufsetzen Wir drücken jetzt erstmal die Knöpfe hier Jeder drückt jetzt, jeder sucht sich einen Knopf drauf Jeder geht an einen Knopf Detox, geh du an den Knopf da drüben Ja, warte ich muss mir das mal kurz angucken Du musst dir noch ein Partyhütchen nehmen Und aufsetzen Ja stimmt, setz dir das Partyhütchen Setz es auf Okay, sehr gut Alle an den Knopf, seid ihr da? Eins, zwei, drei Okay Okay, irgendwas ist passiert, ich hab was gehört Let's play Poop them all or die Die Ballons oder was? Die Ballons Ja und wie? Äh, ja wie denn? Das ist aber schlecht jetzt Übrigens hat der Raum jetzt gar keine Oh! Schnell, 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 schnell Hinter uns, hinter uns noch welche? Okay, da ist noch einer War's das? Ich glaub schon Freut euch nicht zu früh Kommt bestimmt noch mehr, ja Ja Der kommt eh gleich Nein, die Türen sind weg Wir müssen das Minigang grad machen Wir haben keine Türen mehr Ich hab auch keine Ausdauer mehr Hahaha Ich auch nicht, ich auch nicht Ich hör so einen Timer ticken Ja, ja Tick, 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 tick Das war's, das war's Das war's, okay Ihr müsst euch entspannen Ihr dürft euch nicht bewegen Ja Damit eure Ausdauer hoch geht Nur minimal sprinten, wenn's absolut sein muss Hä? Ah Da ist noch einer Oh! Shit Haben wir den noch Let's play Find your gift Wir haben's noch geschafft Finde dein Geschenk Der Kuchen? Keine Ahnung Ne, hier, hier, hier Stand to play Okay Alle hier drauf Oh, ich will nicht, man Oh, Labyrinth Nein, 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 nein Oh, fuck Was ist das für ein Game? Voll geil, Mann Was müssen wir tun? Ja, wahrscheinlich einen Ausweg finden Oh, unser Gift finden Nein, das Gift finden Das Geschenk finden Ah, okay Ich hab's, ich hab's Echt jetzt? Eins von zwei Wir müssen noch eins finden Ich hab nur eine Sackgasse gefunden Was ist es denn, Detox? Ja, ein Geschenk Ein ganz normales Geschenk am Boden Okay Hier ist was mit uns Hier ist irgendwas drin Hier ist kein Geschenk Oh, scheiße Meine, meine Ausdauer ist auch schon wieder weg Da ist es! Oh mein Gott! Wer ist er denn? Jungs, schnallt euch an Es kommt zu euch Schnallt euch an Es ist noch ein Weg zu euch Es hat einen Ballon Und nimmt keine Gefangenen Ja, ich will einfach nur das Geschenk finden Julfur is alive Ah, du bist wieder da Ja, hier war direkt eine Dings bei mir Wann verpisst er sich denn mal? Ich meine, jetzt müssen wir auch das Geschenk nicht mehr finden Oh, nö Und jetzt? Ich hab das Geschenk an meiner Leiche liegt Und jetzt? An meiner Leiche liegt Jetzt muss ich auch noch deine Leiche finden Ne, warte, warte, warte Ich muss die Tür finden Ich finde die Tür Wenn ich die Tür gefunden habe, ist alles Knorkel Bleibt da wo ihr seid Ja, ja, ja Okay Ja Ich hab's, ich hab's Zwei von zwei, alles klar Ja, und jetzt? Okay Oh mein Gott, Alter Okay, und jetzt? Wir müssen uns vielleicht in der Mitte treffen Hier bei denen Oh, wir müssen noch eins finden Es tickt wieder Hier ist eins Okay, eins von drei Wir müssen drei Geschenke finden Drei Bis die Zeit abgelaufen ist Ich glaub, Entity 10 ist mit hier drin Hier, ich hab zwei Eins noch Äh, ich hab nur den ekligen Kuchen gefunden Die Zeit ist gleich weg Strengt euch an Ja! Das muss doch hier irgendwo sein Fuck, ey Jetzt kommt er, du Okay, mach Hab's, hab's, hab's Oh Gott sei Dank Okay, alles klar Ich hock mich hin und halte die Fresse Ja, er verschwindet jetzt, ja Okay Oh, bitte nicht wieder Müssen wir nochmal Nein, Alter Ja, nochmal Nochmal Geschenke finden Jetzt sind's wahrscheinlich vier, ey Ich hab noch kein einziges Geschenk gesehen, ne? Liegen die einfach auf dem Boden Okay, ich hab eins, ich hab eins Ich hab eins Ich hab auch eins Zwei von vier Noch eins, hab noch eins Drei Oh Mist, Mist, Mist Ich hab keine Ausdauer mehr Er kommt, er kommt, ich hör ihn Nein, noch nicht Gleich Hier ist kein Geschenk mehr Oh Fuck Er ist aktiv, er ist aktiv Okay Alter, hoffen, ich glaub aber das ist die letzte Runde, es waren immer drei Runden Er hat mich Was war das denn? Ein richtiges Ickelvieh, oder? Smiley man Richtiger Otto Ich hab die Tür gefunden Sehr gut Hier ist aber kein Geschenk mehr Doch Meine Tür find ich auch nicht Ich hab meine Tür schon, aber das Geschenk nicht Ich hab's Hab's Geschenk Sucht eure Tür, sucht eure Tür Ja, ja, ja Das war's Oh Ah, ich hab die Tür, alles klar Das war's Alter War sehr, sehr gut Alter, so was haben wir jetzt gekriegt? Keine Ahnung, man Ich hab nur noch zwei Leben Blow the candles Eins von zehn, ich hab nur noch eins Wir sollen die Kerzen auspusten Ein Leben nur noch Stand to play Wir müssen uns wieder da hinstellen Warte mal, warst du wieder ein Spiel? Ey, das hört ja hier nicht oft, ey Komm, player Let's go Blow the candles Kerzen auspusten Oh Da, Kerzen auspusten Ah ja, aber du kannst hier nur Oh ja, ich seh's Scheiße, man Ja, ich seh schon Du kannst nur in diesen Unsichtbare Wände Wie scheiße ist das denn? Hä? Boah, vor allem, weil es auch noch dunkel ist Ihr müsst auf den Boden gucken, guckt auf den Boden Konzentration Hallo, geh mir mal aus dem Weg Aus dem Weg Wir müssen zurück Alter Alter Ich glaub ich hab's, warte Alter, wenn der gleich aktiv wird Ich kack mich ein Warte, warte, geh zurück Zurück Ich muss mir ne Pille reinhauen Das gibt's doch nicht, ey Oh, der ist da hinten mit seinem Kackluftballon Ja, ja, der läuft gleich Äh, komm Für ihn gelten die Wände nicht Boah, alter Boah Der snackt uns alle weg, ey Holy shit, man Ich hab die Kerze ausgepustet, weil ich tot bin Ja, moin Hä, konntest du dich tot auspusten? Ich kann sie auspusten, wenn ich tot bin, ja Ja, moin Ja, nice No more lives Das war's für mich Echt, bist du raus? Ich hab noch zwei Leben Ja, ich bin raus Wie soll's bei dem Game ein Ende geben? Wahrscheinlich gibt's gar kein Ende Das ist ein Endlos Ding Doch, doch, doch Safe gibt's ein Ende Oh ne, warte Ich hab glaub ich doch noch ein Leben Seht ihr mich noch? Keine Ahnung Ich hab die eine Kerze Ja, sehr gut Das war's, das war's Ja, wir sehen dich noch Ja, du bist noch da Das ist mein letztes Leben hier Oh, kacke nochmal Ach, ihr seht mich Da brauch ich mein Köfferchen Da sind noch mehr Kerzen Aber ich hab keine Taschenlampe, weil ich am Ich dachte ich wär tot Das ist die letzte Runde Hab, 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 hab's 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 Okay Kommt noch mehr? Oder war's das? Oh, ihr steht hier Noch mehr Kerzen Oh, Mist Hier hinten, direkt bei dem Typen Ja, ja, da steht schon Da steht schon die ganze Zeit hier rum Ich hab eine Kerze hab ich Andere Kerze hab ich Ich kann leider nichts machen Nächste Kerze hab ich auch Ich hab die hier unten Okay, ich hab die andere Ich hab die andere Und jetzt ist aber gut, Alter Nein, nein, es geht noch weiter Kerzen auf den Kuchen Da Die Hab ich, hab ich Okay Ein Foto Unter dem Kuchen Rote, nee, rote Die rote Tür Oh, Mist Wir müssen hier raus, ne Die Zeit tickt weiter Ich hab keine Taschenlampe Ich weiß nicht, wo ich hin soll Scheiße Scheiße Und Stamina hab ich auch nicht mehr Ihr müsst mir mal leuchten Ich seh nix Schau dann, du musst in die Richtung von dem Oh, das ist falsch hier hinten Hier ist falsch Wo ich bin Scheiße Ich bin eh so gut wie tot Ich bin eh so gut wie tot Der kommt Jupp Das warst du nicht jetzt Nein, Alter Das war's für mich Was ein Scheiß Ich versuche mal die Tür aufzumachen Ja, man kann einfach durchgehen Oh, man kann einfach durch Ja Das war's dann gleich, du Ja komm her Ja, so Dann Hier links rein Ja, genau Und jetzt einfach hier Richtung Tür Das passt dann schon Genau Er müsste er eigentlich Alles klar Eigentlich müsste er ja zu Zu meiner Zu meiner Leiche Ja, ich brauch halt die Keycard Genau, ja Was ist Scheißgame, Mann Das ist wirklich übel Das ist mal richtig übel Ja, jetzt chillt der da bei euren Leichen Ey, das kannst du vergessen Kannst du dir in die Haare schieben Ja, der chillt hier Oh, Entity 10 Entity 10 hat mich Nö, ich lass mich jetzt töten Lass mich jetzt töten Dann sterben wir wenigstens Sterben wir wenigstens alle Ja, aber das kann man Also das ist ja jetzt dann hier Ist ja jetzt hier Ist ja Game over Ja, aber das kannst du nicht nochmal spielen Nee Ist zu krass Also jetzt müsst ihr wirklich Alle Daumen, die ihr habt Müsst ihr jetzt auf jedes Video hauen Von jedem von uns Echt so Wir haben uns jetzt wirklich angestrengt Hier so weit wie möglich zu kommen Ich weiß auch nicht, wie man das schaffen soll Okay, ich habe keine Leben mehr Ich versuche jetzt Ich hole jetzt die Keycard Das war's No, das war's Das war's You died Okay, no one is alive Das war's Okay Das ist doch Also es ist echt schade, dass Dass man Dich speichern kann Also es wirklich Mit speichern Mit speichern wird das Game OP Aber so ist es ein bisschen kacke Ja Ja Hau den Like-Button nach oben Schreibt Kommentare Wie wild bis die Finger glühen Schaut bei Ihnen vorbei Auf jeden Fall ey Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nicht In einem nächsten Backrooms Inside the Backrooms Video Echt nicht Erst wenn die eine Savegame-Funktion eingebaut haben Ja, ohne Speicherfunktion keine Chance Dann können wir nochmal drüber reden Alles klar Alles klar Leute Bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao, ciao Ciao